Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Challenge und zwar wollen wir heute eine Challenge von Uber aus dem Vorstellungsgespräch uns angucken und nein, natürlich ist hier wieder nichts gesponsert oder sowas. Das ist eine Frage, die beim Vorstellungsgespräch gestellt wurde und ich mochte die Aufgabe eigentlich sehr und deswegen ja eigentlich ein Sortieralgorithmus, der wieder mal einen kleinen Twist hat. Und zwar, wenn wir uns diese Liste hier angucken, die wollen wir sortieren. Hier sind alle Elemente richtig geordnet sozusagen, allerdings mit einem, naja, Displacement von K, von K gleich 2. Das bedeutet, diese Zahl hier, die 4, ist zwei Stellen davon entfernt richtig zu sein. Das heißt, ich muss sie einmal verschieben, dann steht sie vor der 6, ich muss sie nochmal verschieben, dann steht sie vor der 5 und das ist am Ende ihr richtiger Platz. Das bedeutet, jede Zahl kann quasi zwei nach vorne oder zwei nach hinten verschoben werden. Das ist quasi der maximale Fehler, den wir hier haben. Und ja, das ist quasi möglich in O von N log K. Und das ist auch das, was ihr machen sollt. Ihr sollt einen Algorithmus schreiben in O von N log K. Und das wollen wir gemeinsam tun. So, jetzt dürft ihr mal mich kurz pausieren und selber überlegen und jetzt machen wir gemeinsam weiter. So, ich habe hier natürlich schon das Ganze so einigermaßen richtig genannt und zwar Sliding Sort. Denn was wir machen werden ist, wir werden uns sozusagen ein Sliding Window bauen, das von links nach rechts durchläuft und die Zahlen quasi richtig einsortiert. Das heißt, wir haben eigentlich nicht so viel zu tun, sondern, naja, wir sind eigentlich relativ nah an der richtigen Lösung. Wir müssen ja immer nur von jeder Zahl zwei nach links, zwei nach rechts gucken, damit wir richtig sind sozusagen. Und deswegen machen wir genau das hier drin. Und zwar arbeiten wir auch hier wieder mit einem Heapsort, also quasi mit einem Heap als Library. Also wir nutzen wieder Heap Queue, den kennen wir mittlerweile schon, sollte zumindest bekannt sein. Ansonsten schaut euch gerne die Playlist an. Hiervon gibt es natürlich noch sehr viel mehr Videos. Okay, und wie machen wir jetzt das? Naja, wir bauen uns erstmal einen Heap und zwar als leere Liste. Ihr wisst, das Ding ist am Anfang eine leere Liste. Und dann brauchen wir noch einen, ich kann das Ding nicht Sorted nennen, Sorted Liste. Diese sortierte Liste quasi, damit wir uns was zwischenspeichern können, damit wir quasi wissen, wo wir eigentlich rein wollen. So, und ja, jetzt sagen wir hier, wir wollen sozusagen im Sliding Window über diese Liste L drüber laufen. Okay, das bedeutet, wir gehen hier für jede Zahl i in unserer Liste L von Anfang bis, naja, bis wo, bis natürlich k. Allerdings, Achtung, wenn wir hier k gleich 2 haben, dann haben wir hier, also k, also wenn wir bei 0 anfangen, ja, das ist ja quasi der Anfang, hier, das ist 0, das ist 1, aber anstelle 2 ist auch noch möglich. Und wir lassen ja hier quasi das Ende immer raus. Deswegen müssen wir hier sagen, okay, wir machen k plus 1, ja, weil, äh, plus 1, weil wir hier am Ende diese letzte Zahl, die wird ja theoretisch nicht mitbrechen. Also die müssen wir schon noch mit einbeziehen, denn die aktuelle Zahl, wo wir gerade sind, da wollen wir ja nicht sein. So, also die Zahl, ähm, von Anfang bis k plus 1, die wollen wir durchlaufen und pushen die einfach mal in so einen Heap. Also HeapQ.HeapPush. Und was wollen wir reinpushen? Naja, wir wollen erstmal, wir müssen angeben, was für einen Heap wir haben. Das ist unser Heap H. Und wir wollen natürlich die Zahl i da reinpushen. So, das heißt, wir wollen jetzt quasi diese Teilliste hier sortieren. So, das ist jetzt quasi unsere initial sortierte Liste. Jetzt müssen wir noch alle anderen Zahlen auch dranhängen, sozusagen. Das heißt, wir fangen hier wieder von vorne an und pushen einfach alle anderen Zahlen nacheinander in den Heap rein. Ähm, das bedeutet, wir gehen hier wirklich her und sagen, vor i in l, Achtung, jetzt natürlich nicht ganz von Anfang an, sondern von k plus 1 bis hin zum Ende, also bis quasi ganz nach hinten. Das ist sozusagen jetzt genau der Rest von der Liste, den wir hier oben nicht hatten. Und hier drin sagen wir jetzt nicht ganz, wir wollen hier den Heap wieder vollpushen, sondern wir wollen an die SortedList dranhängen. Und zwar SortedList.append. Und jetzt nehmen wir eine weitere Methode aus Heap Queue zu unserem Nutzen. Und zwar Heap Replace. Heap Replace ist eine sehr angenehme Funktion. Und ich habe hier gerade mal Heap Replace für euch aufgemacht. Pop and return the current smallest value and add the new item. Das ist quasi ein Heap Push, beziehungsweise erst ein Heap Pop, dann ein Heap Push. Und das ist der tolle Fakt dabei. Das heißt, wir poppen zuerst den kleinsten Wert sozusagen raus, also die kleinste Zahl. In dem Fall wäre es 1, weil wir ja hier von 2 bis 3 alles drin haben. Das heißt, 1 würde quasi rausgepoppt werden. Und danach pushen wir die nächste Zahl wieder rein. Also i pushen wir wieder rein. Das heißt also i, achso und den Heap müssen wir natürlich auch noch angeben. Heap und i. So, und ja, dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Damit haben wir ja eigentlich schon unsere komplette Liste durchgelaufen. Jetzt müssen wir nur noch einmal kurz den Rest vom Heap wieder raus pushen. Weil wenn wir natürlich hier alle Zahlen fertig haben, dann sind die letzten paar größten Zahlen, und zwar die letzten k größten Zahlen, sind dann immer noch drin. Das bedeutet, wir haben hier noch die Möglichkeit, oder wir müssen am Ende noch den Heap leer pushen. Also, solange der Heap sozusagen nicht leer ist, solange die Länge größer als 0 ist, solange wollen wir in unsere Sorted List weiterhin einfach appenden, und zwar indem wir hier sagen, heap queue.heap pop, und zwar über den Heap. Also die kleinste Zahl soll quasi rausgelöst werden, bis wir hier fertig sind. Und am Ende wollen wir natürlich Sorted List zurückgeben, und nicht die Liste, die wir ursprünglich in der Hand hatten. So, und wenn wir das jetzt machen, und das hier jetzt mal laufen lassen, Run Sliding Sort, dann sehe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt ganz kurz zur Laufzeitanalyse. Denn irgendwie scheint das nicht so ganz in O von N Lockard zu liegen, oder? Denn immerhin pushen wir hier alles auf einen Heap, und danach poppen wir quasi wieder. So, das Problem ist jetzt natürlich, es kommt auf die Länge unseres Heaps drauf an. Das heißt, der Heap hat natürlich eigentlich, wenn wir jetzt hier nur Heap Push gemacht hätten, also wenn wir quasi einfach sagen, hey, wir pushen alles auf den Heap drauf, und wir lösen es danach wieder, dann hat unser Heap natürlich die Laufzeit O von N Lock N. Jetzt müssen wir uns aber überlegen, was ist denn eigentlich die Maximalgröße unseres Heaps hier? Also der Heap ist ja automatisch immer sortiert gehalten. Das bedeutet, wir haben hier automatisch maximal K plus 1 Elemente in unserem Heap drin, weil wir jedes Mal, wenn wir ein neues Element hinzufügen, abgesehen von hier, was maximal K plus 1 mal ausgeführt wird, jedes Mal, wenn wir das machen, löschen wir direkt wieder ein Element. Und damit haben wir die ganzen Push und Pop Operationen, also das hier, das ist ja Push, das ist Push und Pop, das ist nur Pop, und damit haben wir das alles in O von Logarithmus von K, weil eben der Heap niemals größer wird als K Elemente. Und damit ist eigentlich soweit, also er wird auf jeden Fall nicht N Elemente groß, er kann ja zweimal K Elemente theoretisch groß werden, dann werden wir immer noch in O von Logarithmus K. Also ein Heap mit Länge 2K oder sogar 4K Elemente, sofern es eben eine Konstante vorne dran ist. Wenn es N mal K ist, dann ist es natürlich was anderes, dann hängt es von der Größe ab, von den Elementen, die wir insgesamt haben, aber wenn es eine feste Zahl hier ist, und in unserem Fall ist es eine feste Zahl vor dem K, die nicht von N abhängig ist, haben wir hier zum Beispiel ein Heap mit Länge 2K, die Operationen liegen in O von Log K, also O von Logarithmus von K. Und das ist ja bei uns immer gegeben, und deswegen haben wir hier automatisch hier maximal O von Log K Laufzeit, hier O von Log K, hier O von Log K, und wir machen das wie oft insgesamt, naja, wir gehen hier für jedes Element durch, das heißt von Anfang bis K plus 1, und dann gehen wir von K plus 1 bis Ende durch, also gehen wir hier einmal durch die komplette Liste durch, und hier haben wir maximal noch K Elemente drin, ja. Und das bedeutet, wir haben hier auch wieder, da wir hier oben ja nur Heap Push gemacht haben für K Elemente, und hier unten machen wir Heap Pop für K Elemente, und hier machen wir beides für K Elemente, haben wir eigentlich jedes Element einmal reingeladen und einmal rausgeladen, das ist ja auch die Logik des Algorithmus, so. Das heißt, wir haben die ganzen Sachen O von 2 N mal gemacht, also wir haben quasi einmal rein, einmal raus, ja, jedes Element, das heißt, wir haben jedes Element zweimal reingepackt, also dadurch, dass wir die Konstanten vorne dran quasi rauslöschen können, haben wir hier das Ganze in O von N, also O von N Iterationen haben wir gebraucht hier, und damit O von N mal Log K, weil natürlich jede Operation Logarithmus K als Laufzeit braucht. Und ja, damit haben wir den Algorithmus soweit geschafft. Space Complexity, wie wir hier sehen können, wir brauchen den Heap, und deswegen sind wir hier in O von N, also nochmal ein bisschen zu. Wir sind nicht in place gewesen hier bei dem Algorithmus, aber ich glaube, das ist jetzt bei so einer Liste mit sechs Elementen eigentlich auch nicht wirklich wichtig. Aber ja, trotzdem ein interessanter Algorithmus, wie ich fand, und ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Wenn ihr eine alternative Lösung habt, außer natürlich sorted von L, ja, das zählt nicht, dann könnt ihr mir die ganz gerne unten reinpushen in die Kommentarspalte, und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!